Er strahlt bis über beide Ohren und spricht über seine in Wallung geratenen Hormone. Frühlingsgefühle sind das Beste, was es gibt. Ja, das ist super schön. Bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Star Raul Richter scheint der Blitz eingeschlagen zu haben. Und wenn man den Gerüchten glaubt, ist sie der Grund dafür. Model und Schauspielerin Lisa Tomaszewski. Auf die neue Liebe angesprochen, wird der sonst so offene Schauspieler ganz einsäbig. Ich sage mal nichts, aber ansonsten drehe ich halt gerade weiter bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und mal schauen, wie lange mich das noch begleitet. Begleitet ist dann auch unser Stichwort. Denn wie es der Zufall so will, ist die schöne Lisa bei der FIFA World Cup Trophy Party sein plus eins. Ich bin vor sechs Monaten nach Berlin gezogen und wir haben uns auf so einer Preisverleihung kennengelernt. Und deswegen sind wir jetzt so eine Truppe und sind immer alle zusammen unterwegs. Von einer Liebelei weiß sie allerdings nichts. Bei Raul und mir? Nee, nee. Wäre aber auch zu schön gewesen. Also werden wir wohl weiter rätseln müssen, wer Raul so schön zum Erröten bringt. Ich bin glücklich, wie alles so ist. Und das ist doch auch das Wichtigste. Ja. Ja. Ja.